Der 3D-Druck ist seit seiner Erfindung im Jahre 1983 stets am wachsen. Auch in Münster wird der 3D-Druck immer populärer. So eröffnete im April 2016 die Firma 3D Make Me Small. Wir führten ein Interview mit Mirko Bortz und erhielten Einblick in die Erstellung eines 3D-Modells. Der Herstellungsprozess ist so, dass man hier in diesem Scanner 70 Spiegelreflexkameras hat. Die innerhalb von einer hundertsten Sekunde simultan geschaltet sind. Das heißt, die reagieren komplett auf einen Knopfdruck und scannen die Person, um ein möglichst detailgetreues Bild zu erhalten. Wenn dieser ganze Scan dann gelaufen ist, wird das Ganze in einem Algorithmus-System am PC danach bearbeitet wird, weil kein Scan einfach perfekt ist. Das heißt, man hat Löcher im Scan, man hat mal Schattierungen drin, die komplett rausgearbeitet werden müssen, bevor es dann zum 3D-Druck geht. Der 3D-Druck ist in dem Sinne der aufwendigste Bereich und zwar ist das eine Technik, die nicht ganz so funktioniert, wie man es von herkömmlichen 3D-Druckern kennt. Sondern das ist ein Pulverschichtverfahren. Das heißt, da wird Schicht für Schicht ein Pulver aufgetragen, welches dann mittels eines Sekundenklebers hinterher gehärtet wird. Der 3D-Druck setzte sich nicht nur in der Unterhaltungsbranche, sondern auch in Bereichen der Wissenschaft, des Maschinenbaus und der Architektur durch. Also grundsätzlich gibt es keine Einschränkungen in den Einsatzmöglichkeiten. Das heißt, alles, was man mit diesem Scanner scannen kann, egal in welcher Größe, ist auch hinterher realisierbar. Das heißt, ob es da in der Automobilindustrie Ersatzteile sind, ob es Optiker sind, die genaue Passform für die Brillen haben wollen. Und für uns noch ein sehr, sehr wichtiger Bereich ist vor allem die Medizin. Bei uns ist der Fall, wir können in einer hundertstel Sekunde scannen, haben direkt das ganze 3D-Modell und können daraufhin wirklich eine passgenaue Prothese erstellen, da der Scanner bis auf 0,01 Millimeter tatsächlich genau vermessen kann. Das ist wirklich für uns so der wichtigste Bereich. Vielen Dank. Vielen Dank.